Die Top 5 Bluetooth Kopfhörer für kleine Ohren Ich habe mir vor kurzem den Bluetooth Kopfhörer mit 4 Mikrofonen und Bluetooth 5.3 gekauft und bin vollkommen zufrieden damit. Die Ohrhörer liegen angenehm im Ohr und sind für den Sport bestens geeignet. Die Spielzeit von 40 Stunden ist mehr als ausreichend für meine Bedürfnisse. Mit der Englärmreduzierung ist die Tonqualität sehr gut und es ist kein störender Hintergrundlärm zu hören. Auch die LED-Anzeige ist sehr praktisch und zeigt mir immer den Batteriestand an. Ich kann den Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich liebe diese Kopfhörer. Soundcore bei Anker Live P3 ist das beste Paar, das ich je hatte. Der Klang ist fantastisch, mit intensivem Bass und die Geräuschunterdrückung ist ausgezeichnet. Ich lebe in einer lauten Nachbarschaft, aber ich höre jetzt beim Spazierengehen Musik, ohne dass ich etwas von der Außenumgebung höre. Es gibt auch 6 Mikrofone, so kann ich während Telefonanrufen deutlich gehört werden. Die Wireless Charging Funktionalität macht das Laden sehr bequem. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen. Ich habe neulich den Cascio Bluetooth Kopfhörer 5.3 in Roségold erworben und bin absolut begeistert von der Qualität und der Leistung. Der Klang ist einfach unglaublich und der tiefe Bass sorgt für einen beeindruckenden Musikgenuss. Die Ohrhaken sind sehr bequem und sorgen dafür, dass die Kopfhörer auch bei intensivem Sport sicher und komfortabel sitzen. Der Ladekoffer mit LED-Anzeige ermöglicht eine praktische Aufladung der Kopfhörer und die erste PX7 Wasserdichtigkeit macht sie perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Zusammenfassend kann ich diesen Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Produkt ist. Dieser Bluetooth Kopfhörer hat mich wirklich beeindruckt. Die Klangqualität ist einfach unglaublich und das Noise-Canceling sorgt dafür, dass ich beim Arbeitsweg oder beim Training komplett abschalten kann. Besonders gut gefällt mir auch die lange Akkulaufzeit von 40 Stunden und die Tatsache, dass die Ohrhörer IP7 Wasserdicht sind. Die Bedienung ist einfach und die Verbindung zum Smartphone klappt problemlos. Ein tolles Produkt, das ich uneingeschränkt empfehlen kann. Ich bin sehr zufrieden mit den Bluetooth Kopfhörern, die ich kürzlich erworben habe. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind mit Dual-HD-Mikrofonen und einem 40 Stunden Akkulaufzeit ausgestattet, was für mich besonders wichtig ist. Sie bieten einen immersiven und klaren Klang sowie eine IP7-Wasserbeständigkeit, was perfekt für Outdoor-Aktivitäten ist. Ich mag auch das LED-Display und das schnelle Aufladen durch USB-C. Die Kopfhörer sind leicht und bequem zu tragen und bleiben sicher im Ohr. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde sie jedem empfehlen, der nach hochwertigen In-Ear-Kopfhörern sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.